Hey Zendix, du bist doch gar kein Vogel. Doch. Aber warte mal. Hey, Freunde, ihr seid ja auch da. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir mit dem Video anfangen, Freunde, es würde mich super doll freuen, wenn ihr diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet. Und Freunde, abonnieren und Glocker zu bieren nicht vergessen, damit ihr auch keine Videos verpasst. Und ja, Zendix, weißt du vielleicht, was wir heute machen könnten? Ja, wir können schwimmen gehen hier in diesem Vogelbäckern. Nein, wir sind doch keine Vögel. Also, ich zumindest nicht. Oh, Manu, ich weiß nicht, was wir machen könnten. Moment mal, guck mal, wer da hinzinsetzt, Daniel. Oh, hey, lass uns den erschrecken, okay? Ja, okay, schläfst du hier gerade oder was macht der? Glaubst du, der ist oder was? Oh, der ist entschmatzend. Bäh, ekelig. Okay, erschreckt den mal und ich mache so eine Prankkamera. Okay, okay, warte, 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 ich komme von hinten und... Oh, 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 hey. Es ist ein Prank. Es ist ein Prank. Ja, Eti, Bäh, du bist veräppelt, Vitamina. Es war ein Prank. Oh, Freunde, seid ihr verrückt geworden? Das könnt ihr doch nicht machen. Nein, doch. Nein, ich habe mich mega erschrocken. Ihr seid doch verrückt geworden. Du bist verrückt. Jetzt muss ich mir erst mal die Hose wechseln. Hey, du Angsthase. Manu, Vitamine, der macht sich immer in die Hose, oder? Ja, das stimmt, aber warte mal. Oh, hier war ein leckeres Brot. Komm, lecker. Ich will auch ein bisschen. Hey, du bist noch mein Brot. Das habe ich bezahlt. Hey, du stinkst immer noch nach Pipi. Nein, ich habe mich umgezogen. Warum habt ihr mich denn überhaupt erschrocken? Wir wollten Verstecken spielen und du musst spielen. Ja, ich muss spielen. Okay, bis gleich. Okay, los, Hendix, komm. Ja, sollen wir uns zusammen verstecken? Auf jeden Fall. Ja, drei, vier, vier, Jaki. Gute Idee, Daniel. Schnell, schnell, schnell. Volldeck, ohne den ich komme. Was, hätte nur bis zehn geszählt oder so? Nein, nein, nein. Ich komme, Freunde. Hey, was? Der Schummler. Wir müssen uns beheilen, Daniel. Äh, einfach hier. Warte. Oh, hier. Hallo, wo seid ihr denn? Ich bin auch ein Fisch. Vielleicht bei der Blumenverkaufung, hallo? Ja, sehr, sehr gut. Nein, Jüng, bei der Autostation? Der wird uns niemals finden, Daniel. Ja, niemals. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Hallo, hallo, ihr Autoverkäufer. Wo haben sie denn? Oh, der ist im Autohaus. Nein, da haben sie... Okay, der ist ja ganz falsch. Oh, Mann. Guck mal, ich kann hier einfach rumrennen. Äh, Tsi, Bätschi, Bätschi. Du findest uns niemals. Warte, ich ruf dir mal. Warte mal. Hä, hallo? Der hört uns fast schnell. Oh, oh, ich seh den, ich seh den. Oh, oh, warte. Oh, oh, warte, ich bleibe hier. Oh, oh, warte, ich bleibe hier. Zwitscher, zwitscher. Oh, oder von der Bank. Hallo. Dann sind wir in der Bank. Nein, sie wollen mir nicht helfen. Oh, oh. Oh, na gut. Vielleicht ist er gut versteckt. Beim Kido. Hallo, ihr Schlaflasen. Ja, da ist der Schlaflasen. Und Mann, das kann doch nicht sein. Wo sind die beiden denn? Vielleicht in der Autogarage. Vitamine, hallo. Denka. Hey, Freunde, was macht ihr denn da drin? Ihr seid doch keine Vögel. Nein. Du hast mich noch nicht geschlagen, Vitamine. Ich habe euch. Hey, hey, hey. Nein, mich hast du nicht. Was soll das denn? Du bist, Daniel. Warte mal. Und ich bin, hey. Siehst du nicht diese komischen Dinge? Nein, Sandy. Daniel wird uns freuen. Er ist. Tja, steht ja. Wie das nur für Äpfel. Hey, Freunde. Was ist denn Daniel? Ich habe etwas gefunden. Ein neues Abenteuer. Oh, Manu, Daniel, nur weil du jetzt suchen musst. Genau. Nur wenn du suchen willst, musst du jetzt eine Pause machen. Oh, Manu. Wirklich, ich habe auch die Hände hinter dem Rücken. Hä? Warte mal, was ist das? Was ist denn solche Röhre aus Super Mario, oder nicht? Warte mal. Warte mal. Ja, habe ich ja gesagt. Hey, du bist so verfräschend, Vitamine. Ich bin auch. Ja, bitte schön. Ja, ist schön. Hey, du hast alles weggenommen. Hast du noch was übrig? Ja, ich habe noch ein paar hier. Warte mal, Daniel. Das ist so. Ja, bitte schön. Für dich auch noch. Und, hey, Daniel, du hast es doch recht gehabt. Was ist das? Ja, sage ich doch. Irgendwelche Röhre. Aber wartet mal. Bevor wir da reingehen, wir brauchen doch bestimmt wieder Waffen, oder? Das könnte sein. Pass auf. Ich warte hier. Ich beobachte das, falls irgendwas passiert. Und du kannst Waffen holen, okay? Okay. Ja, ich habe bestimmt welche. Ich bin doch Polizist da. Ich muss Waffen zu Hause haben. So. Wir gehen mal zu dir und holen die Waffen schnell, ja? Ja, okay. Aber was war denn genau dorthin? Ich habe es nicht genau gesehen. Du komische Röhre. Ich glaube, wir müssen da reingehen. Dann kriegen wir neues Abenteuer wieder. Ja, guck mal. Hier, Daniel. Ach so, unten. Okay, so. Warte, so. Ah, perfekt. Okay. Und für Vitamine? Ja, ich habe schon was für Vitamine. Okay, perfekt. So, und das ist für Vitamine. Sehr, sehr gut. Dann los geht's. Gut, los geht's. So, zack, 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 zack. Ich glaube, der wartet immer noch auf uns, oder? Ja, aber was denkst du? Was wird passieren, wenn wir in diese Tunnel oder in diese Röhre reingehen? Oh, ich weiß nicht. Das sind doch wieder diese komischen, wähle nicht die falsche Röhre oder so. Oh, ja, stimmt. Und hey, Vitamine. Hey, mein Brot. Noch mehr Brot. Hey, wie viel Brot hast du denn? Bist du ein Brot? Hey. Bist du, Bernd, das Brot? Oh, da hast du so viel Brot. Hast du den Bäcker ausgeraubt, oder was? Hey, nein. Stimmt, Vitamine. Gib mir auch mal ein bisschen Brot. Hey, ich will Brot. Okay, hier. Dankeschön. Aber jetzt ab in die Röhre. Ja, bitteschön. Hey, danke. Ich will für dich paar Waffen. Wow. Ich fahr mit dem Brot, ich kann nicht schwimmen. Piu, 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 piu. Hey, pass auf. Wow. Und zack. Und Daniel, guck mal, wir spielen ein Spiel. Der kleine Daniel muss ausweichen. Piu, 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 piu. Autschi. Hey, nicht so falsch bewerten. Hey, Leute, hier Quatschköpfe. Ich will jetzt hier reingehen. Ja, aber Freunde, ihr müsst vorsichtig sein, okay? Ja, los geht's. Wo soll man hier rein? Hey. Hey, hier in das Orangene zuerst, oder? Ja. Vitamine geht vor, weil er auch orange ist. Vielleicht öffnet sich ein Tor, wenn man da hinten gegen schießt, aber nein. Hey, man kann da unten reingehen, oder? Oh, da steht so. Guck mal, diese Leiter. Das ist Lager. Passt auf, Freunde. Oh, das ist so heilig. Was erwartet uns? Ein Schatz, ich glaube. Paluten. Nein, wirklich nicht runter. Drei Paluten. Hallo, Paluten? Hallo. Hey, Paluten. Hey, Vitamine. Hey. Warte mal, die, die sind böse. Das war's? Was? Mehr an dich? Wow. Ich habe mehr erwartet von Paluten. Naja. Hey, das war richtig gefährlich. Ja, und die waren mega stark. Ja, schon, aber das waren ja nur drei. Nächster Tunnel, Freunde, weiter geht's. Warte. Wer glaubt, die ist hier in den blauen? Epic-Stunnel. 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 Da würde ich auch draufzählen. Warte. Hallo? Hallo. Ist da keiner? Sollen wir runtergehen? Ja, auf jeden Fall. Und? Oh, Epic-Stunnel. Oh, oh. Das ist mega stark. Pass auf, Daniel. Achtung. Oh, oh. Hallo? Oh. Okay, wir haben es geschafft, Daniel. Ich bin fast gestorben. Der war mega stark. Ja, das war bei mir auch das Problem. Die sind einfach mega gut. Nein. Okay, gut. Also hier im blauen waren also Epic-Stuns, ja? Ja. Ja, die waren ganz böse. Aber im grünen... Du bist grün? Weiß ich nicht. Welcher YouTuber ist grün? Hm. Dein Kopf ist ein bisschen grün. Ja, stimmt. Das ist Vitamine. Nein, da bin ich nicht drin. Ich bin doch eigentlich mehr orange. Ich weiß, wer ist denn? Aber wer soll der sonst hier sein? Hallo? Nein, nein, nein. Nicht doch unter, Freunde. Chaos-Blomelone. Nein. Ja, hallo, Attacke, Freunde. Hilfe. Okay, werf die Durfsterne so. Ja, pass auf, Freunde. Zack, zack, zack. Wir schaffen das. Oh, pass auf. Das ist noch einer. Zack, 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 zack. Ja, los. Oh nein, das sind noch zwei. Oh Gott, nein. Oh, grüne Party. Da ist noch einer. Oh nein, pass auf, ich tue hier, Daniel. Oh, ich habe ein halbes Herz. Oh, wartet. Ich bleibe erst mal hier. Ich weiß nicht, die sind mega stark. Ein Glück, ja. Aber Melonen, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, kostenlos Meloni, cool. Genau. Die kannst du auf dein Feld machen, Vitamine. Stimmt. Und die werden wir nachher dann noch zum Abendbrot essen, oder? Auf jeden Fall. Oh, lecker. So, das Lichtchen machen wir hier drin aus, weil ich glaube, dass... Hältst du das Licht ausmachen? Warte, das Licht will ich mitnehmen. Für deine Wohnung, Daniel? Natürlich. Warum denn nicht? Komm, Freunde, wir gehen noch rüber in die Stadt. Wartet mal. So, so, so. Und jetzt... Das war aber so spannend und so cool. Oh, das war es sogar. Okay. So, ich bin drüben, Freunde. Ich bin weiter. Ich bin da. Und weiter. Ich bin da. Höher, Pferdchen. Hey, Daniel, lass mal noch kleine Pferdchen in Ruhe. Das ist mein Pferd. Und damit, Freunde, würde ich sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig über ein Like freuen, abonnieren und Blog aktivieren. Nicht vergessen, schaut unbedingt bei Vitamine und Sandex vorbei. Da haben wir auch noch mega coole Videos gemacht. Und ja, schaut bei meinem Instagram vorbei. Klickt auf eins der letzten vier Videos. Und ja, tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Die Crew, die du hast, wird für immer bei dir sein. Grandline macht dich bereit. Und jeden Tag aufs Neue ziehen wir weiter. Jeden Tag aufs Neue kommen die Pirates. Jeden Tag aufs Neue wirst du bereichert. Jeden Tag aufs Neue kommen die Pirates. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch. Du hast alles und nichts. Nix. Die Crew, die du hast, wird für immer bei dir sein.